Streut einfach dieses Gerücht so, ey, bei Willi, Pex haben so gekönnt. Oha, man sieht das sogar. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Das ist grün. Alter. Was ist passiert? Was ist passiert? Nee. Auf Wiedersehen. Alter, wie das aussieht, ne? Das sieht schon krank aus, Alter. Junge, was ist der Wert? Ey, ab jetzt sind es keine Gerüchte mehr. Es sind keine Gerüchte mehr. Hört auf, verbreitet die Wahrheit. Der kriegt einen Anfall. Verbreitet die Wahrheit. Was? Was für 2,5 Millionen? Ist das dein Ernst? Ihr habt eine Quelle, die ist... Niemals kostet er 2,5 Millionen. Alter, was?